Als sein Vater Klaus-Jürgen Wussow 78, vor zwölf Jahren starb, war Ben Wussow gerade einmal 13 Jahre alt. Damals war er bereits halbweise, denn seine Mutter Yvonne 50, verstarb ein Jahr zuvor an Brustkrebs. Doch den Lebensmut und die Freude hat der junge Mann nicht verloren. Jetzt überrascht der mittlerweile 25-Jährige mit der wohl schönsten Nuss, er wird heiraten. Ich bin überaus dankbar über die Arbeit, die Gott für uns gemacht hat. Er war sehr gut zu uns, schreibt der junge Mann auf Instagram. Dazu teilt er ein Foto der Hand seiner Freundin Elheri Ragisada, 30, und an ihrem Finger funkelt ein wunderschöner Verlobungsring. Nur gelegentlich teilt Benjamin Fotos von seinem Privatleben, umso schöner, dass er seine Follower mit diesen Nuss nun daran teilhaben lässt. Wir wünschen dem jungen Mann alles Gute für die Zukunft.